Na, Combat-Mode Ich bin besser seitwichtiger mit den Logis jetzt, weil... wer weiß Na, der Denkrupp war das Shuttle Komm rein Bitte... Jones-out, Jones-out Und gerne overheaten auf den ersten so ein bisschen, ja Aber er flairst, wenn wir im Range sind Ja Ich werde natürlich einen nehmen, der hier direkt neben uns die Glockt, ja Deshalb stehen wir auf 10 ungefähr zum Gate, oder 8 In der Hoffnung, dass einer direkt neben uns die Glockt und der Rest weit weg ist Advanced... Taktics und so Oh Gott, die... Die ist... Nein, die ist Shadow in der Thorax Ist gebroadcastet Shadow in der Thorax Ist gebroadcastet Secondary, Rupture, Swindler Rupture, Swindler, Secondary Rupture, Swindler Secondary Und jetzt Rupture, die ist Swindler 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 Your Security's Data has been lowered Und jetzt Rupture, die ist Swindler Danach... Dann nach... Stefan, ich willkommen hier... Heavy Schaden Ich arbeite dran Ich arbeite dran Es ist gebroadcastet, Vexor Dener ist Secondary Dener ist gebroadcastet Dener ist gebroadcastet Neues Primary Your Security's Data has been lowered Wax, bitte Mikro ist muten Ich spren zur Exe hin Damit ich sie scramme kann Ja, mach das mal, Kai Hol du dir die Exe Wir feuern auf die Vexor Dener Danach Breitsack in der Exekurer Breitsack in der Exekurer Danach Grim auf Exe Dener Primary Dener Primary Dener Primary Immer noch volle Feuer auf Dener Und danach Breitsack Ist gebroadcastet, Breitsack Danach... Burn ein Stück zu The Golden Dragon Ist gebroadcastet Oh Gott, ne, der ist so weit weg Ne, wir nehmen die nächste Exe, den Straggle Straggles Der ist ja verdammt nahe angekommen gerade Ja, hat Scram Quark, bei dir ist ein bisschen Sturm in der Hose Du atmest so geil ins Mikro Nehmt jetzt jemand drauf Ja klar Die nächste Exe, ja, Jerry Denk doch mal Ah, der ist rausgewollt Ich hatte noch keinen, keinen Scram Wir burnen zu den anderen Crewsern hin Gucken, kriegen wir da noch was gescrammt Burnen zu den drei Crewsern Egal welchen ihr gescrambelt kriegt, scramblen Also, vor allem Kai, ne? Gib Gas Ja, aber Du bist so weit weg Die sind übrigens bei unseren Nobles Ich weiß, ich weiß Wir schießen mal auf die Thorax Hirax irgendwas Mit Scorch Schießt mit Scorch auf ihn Come on, ein paar Kilometer noch Hab'n Scram auf ihm Danach Golden Dragon in der Mala Golden Dragon in der Mala Hat'n Scram, Golden Dragon hat'n Scram Gut Dann jetzt Golden Dragon Ich mach' den Scram runter und geh' auf Strau Gut Golden Dragon primary Bleiben aber auch lange da Ja, aber die Exit nix machen Zwei waren Therma so damp, die konnten nix rappen Ich mein' jetzt auch so die letzten Ich hör' da raus Was mit der Wexor, die ist relativ dicht? Ich bleib' bei Strau dran Hat'n Scram? Die Wexor Primary? Sie hat Scram? Wexor Primary? Strau hat auch Scram Und die Strau Secondary Okay Bleib' bei ihm dran, ja, dass du Achso, ne, der ist ja Der ist direkt neben uns Der ist direkt neben uns Der ist direkt neben uns Der geht aber nicht down jetzt Der tankt aber wie Hölle da Der hat Aktivrap, oder? Ja Und die Mala Ist doch ne Echse Ist grad'n wieder gelandet Der ist grad'n wieder gelandet Aber sie burn' schon Naja, schon ne Mob Naja, ich hab' ihn noch aufgeschaltet Nö Ich kann ihn nicht irgendwie angucken Ah, jetzt ist er ein Warp Ja, dann hat er den Warp initiiert Aber, also den Button gedrückt für Warpen Warpt zum Poco hier am Planeten John's in, John's in, John's in Wir warpen hinterher Poco Planet 4 Ich bin auf Null gewarpt Ach, bitte Ich hab' keinen gemacht, wegen Ranges eventuell Und wegen Drohnen Und wegen Drohnen Und wegen Drohnen Gut gefahrt Ja, der ist auf Null Wenn wir den kriegen, dann soll ich kaputt machen Und dann würde ich sagen, danach Ja, der burnt irgendwie rum Ist 18 von mir weg Sechzehn, gern 14 Hab' Scram Hab' Scram Nein Nicht töten, bitte Okay Lass ihn noch ein bisschen leben Scram sitzt Webbt ihn mal Ich bin so weit weg Jeder ist auf Null gewarpt, außer ich Ja, 3.40 Uhr von ihm weg Herr Kai, dann Re-Warp Wir lassen uns allein leben Mach' den gerückt Mach' den gerückt Wir haben ja vorhin, glaub' ich, schon mal kurz auf ihn geschossen Ja Irgendwann nicht drauf Schick' die Drohnen drauf Schick' die Drohnen drauf Ich hab' meinen am Geld vergessen Na, hat ja genug drauf, kannst' nachher holen, okay Ja, ich Hau' den fest, ja 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 Da die Beine Ich glaub' mir, dass er rausgesprungen ist Der ist ja vorhin rausgewarpt Und danach warbt man zurück zum Amafi-Gate Und danach warbt man zurück zum Amafi-Gate